Das glückliche Leben mit deinem Hund in der Stadt – 5 Experten-Tipps Das Leben mit einem Hund in der Stadt kann wunderbar sein, erfordert aber auch spezielle Überlegungen. Hier sind 5 wesentliche Tipps, die dir helfen werden, das Stadtleben mit deinem pelzigen Begleiter bestmöglich zu gestalten. In der Stadt gibt es viele Ablenkungen und potenzielle Gefahren. Ein zuverlässiger Rückruf ist entscheidend, um deinen Hund in kritischen Situationen schnell zu dir rufen zu können. Auch in der Stadt braucht dein Hund ausreichend Auslauf und geistige Herausforderungen. Regelmäßige Spaziergänge im Park und gezielte Denkspiele sind Essenziel. Tipp 3 – Soziale Interaktion fördern Stadthunde kommen mit vielen verschiedenen Menschen und Tieren in Kontakt. Es ist wichtig, dass der Hund gut sozialiert ist und sich sicher in belebten Umgebungen verhält. Halte deinen Hund an der Leine und Räume hinter ihm auf. Respektiere die Bedürfnisse der anderen Stadtbewohner und sorge dafür, dass dein Hund keinen Ärger verursacht. Achte darauf, dass dein Hund gut trainiert ist, um gefährliche Situationen zu vermeiden. Halte ihn von stark befahrenen Straßen fern und sorge dafür, dass er sich nicht in Gefahr begibt. Hast du noch einen zusätzlichen Tipp? Folge uns für deine tägliche Dosen an Hundeglück. Liegen und Teilen nicht vergessen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.